Einen wundervollen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück zur Mathematik. Heute mit einem weirden Thema und zwar dem Gruppenhomomorphismus. Das ist erstmal ein sperriges Wort und genauso sperrig scheint die Definition auch erstmal zu sein. Und ich muss an der Stelle sagen, wir sind noch nicht ganz in der Lage, um das volle Potenzial von Homomorphismen hier beschreiben zu können, weil wir einfach vieles noch nicht kennengelernt haben. Wir haben zum Beispiel noch keine Matrizen gehabt und da werden Homomorphismen erstmal richtig cool. Und in der Kryptografie benutzt man Homomorphismen zum Beispiel, um bestimmte Eigenschaften einfach auszulösen. Die Dinger sind momentan wahrscheinlich eins der gehyptesten Mathe-Themen, auch wenn sie nicht danach aussehen. Und das liegt einfach alles an einer einzigen Eigenschaft. Nämlich der Eigenschaft H, die wir gleich uns angucken werden, oder H1 habe ich sie hier genannt. Und zunächst mal, was ist eigentlich so ein Gruppenhomomorphismus? Naja, er ist zwischen den Mengen G und H, also einer Abbildung F, die von G auf H abbildet. Und G und H, da kann ich eine Gruppe jeweils drauf bilden. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel die Gruppe G und die Operation, also die Menge G und die Operation Sternchen, die zusammen eine Gruppe bilden. Und ich habe die Operation Kringel auf der Menge H, die auch zusammen eine Gruppe bilden. Also zum Beispiel die ganzen Zahlen und die Addition. Das wäre zum Beispiel eine gültige Gruppe mit einer gültigen Operation, beziehungsweise mit einer Verknüpfung. Und dann hätten wir hier eben Z und zum Beispiel Plus. Das wäre dann eine mögliche Gruppe. Wir hatten schon ein paar andere Gruppen uns angeguckt und die kann man auch benutzen. Aber richtig cool, wie gesagt, wir haben Homomorphismen erstmal später. Denn zwischen denen irgendwie einen Homomorphismus zu finden, schwierig. Aber diese Homomorphismus-Eigenschaft, die ist eigentlich nicht, dass wir eine Random-Abbildung haben von G nach H, sondern eine einzige ganz bestimmte Abbildung, die eine Sache erfüllt. Und zwar diese Eigenschaft H1. Es gibt nur diese eine Eigenschaft, ich weiß nicht, warum ich die 1 hinten dran gepackt habe. Ist einfach so, ja. Das ist die krasse Eigenschaft, die Homomorphismus-Eigenschaft. Und die besagt im Endeffekt, dass F von A Sternchen B dasselbe ist wie F von A Kringel F von B. Für alle A, B in G. So. Jetzt wird es kompliziert, denn wir haben hier plötzlich zwei Eigenschaften. Und zwei Eigenschaften, oder zwei Verknüpfungen besser gesagt. Zwei Verknüpfungen hatten wir eigentlich so noch nie gesehen. Denn, was hier passiert ist folgendes. Wir haben dieses Sternchen hier, was die Verknüpfung für die Gruppe G und Sternchen ist. Und wir haben hier drüben die Verknüpfung Kringel, was eigentlich die Elemente in H miteinander verknüpft. Und das Besondere ist jetzt, dass die irgendwie miteinander verbunden werden können, hier scheinbar. So. Denn, was hier passiert ist, hier rechne ich zuerst A Sternchen B, also zum Beispiel A plus B aus. Und mache dann irgendeine Funktion drauf. Und hier mache ich zuerst die Funktion auf A und dann die Funktion auf B und verkringle die dann, also zum Beispiel mit Mal oder sowas, ja. Und am Ende kommt trotzdem dasselbe raus. Also, um das vielleicht nochmal zu illustrieren, das ist, als hättet ihr gesagt, hey, wir nehmen hier eine Operation. Wir machen hier plus A plus B, also zum Beispiel 2 plus 3, ja. 2 plus 3 machen wir. Das ist 5 und dann führen wir irgendeine Funktion bei raus, die 42 ergibt. Und hier drüben mache ich erst F von A, was von mir aus 20 ergibt. Und dann F von B, was 22 ergibt. Und dann machen wir hier auch ein Plus drauf und dann haben wir hier 42, ja. So was zum Beispiel kann man sich darunter vorstellen. Das war jetzt natürlich ein random Beispiel. Aber der Homomorphismus ist, dass ich einmal die Funktion auf die operierten Sachen anwende und einmal auf die noch nicht operierten und sie danach miteinander verknüpfe. Wichtig ist, durch dieses F, ja, landen wir in einer anderen Menge. Das heißt, wenn wir F von irgendwas machen, nehmen wir ein Element aus G und machen daraus ein Element in H. Wenn wir jetzt A Sternchen B machen, dann ist das eine Gruppenverknüpfung auf G. Und das heißt, mit A Stern G landen wir wieder in der Gruppe G, ja. Das hier ist, das ist Element von G. Während das hier ist Element von H, genauso wie das hier Element von H ist. Also diese beiden hier sind aus H. Und jetzt wird es lustig. Hier verknüpfe ich ja mit einer Verknüpfung aus H. Das heißt, ich verbinde diese beiden schon in H befindlichen Elemente miteinander, sodass sie eben natürlich wieder aus H sind, weil, naja, wir verknüpfen zwei Sachen aus H, also kommen wir bei H raus. Während das hier nimmt ein Element von G und transformiert es mit der Abbildung F auch nach H, ja. Das heißt, F von irgendeinem Element in G landet am Ende auch in H. So, das heißt, ich habe hier zwei komplett andere Wege, wie ich eigentlich zu meinem Zielelement komme, aber trotzdem dasselbe Ergebnis. Und zwar am Ende für alle Elemente A und B aus G. Das heißt, egal ob ich da 1 reinstecke, egal ob ich das neutrale Element reinstecke, egal ob ich, was weiß ich auch immer, reinstecke, ja. Ich komme immer bei derselben Sache raus am Ende. Und ja, klar, jetzt kann ich natürlich hergehen und mir einen trivialen Homomorphismus bauen, der einfach F, also F bildet dann zum Beispiel immer auf mein neutrales Element E ab. Wobei man hier dazu sagen muss, für was das eigentlich das neutrale Element ist. Das wäre dann zum Beispiel EH. Das wäre auch technisch gesehen ein Gruppenhomomorphismus. Ähm, und dann habe ich hier zum Beispiel in H eine triviale Gruppe, die nur aus EH besteht. Klar, dann habe ich auch einen Homomorphismus, aber er ist langweilig. Mit dem kann ich nicht viel anfangen, ähm, aber ich hätte einen, ja. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, da ist halt legit nur das neutrale Element drin. Alles, was ich miteinander verknüpfe, wird auch wieder das neutrale Element. Klar, dann, ähm, ist meine Abbildung halt, naja, bildet egal welches Element auf das neutrale Element ab. Und hier steht halt, okay, da kommt das neutrale Element raus und da auch. Und dann verknüpfe ich die miteinander, kommt auch wieder das neutrale Element raus. Super langweiliger Homomorphismus, aber es ist einer. Ja, das muss euch als Beispiel jetzt erstmal genügen. Ähm, die coolen, die, die man auch später in der Krypto anwendet oder sonst wo anwendet, die gucken wir uns noch an. Wichtig sind jetzt allerdings hier noch zwei Sachen, die wir schon mal definieren wollen für später. Damit wir da einfach später drauf zurückkommen und, ähm, ja, wir machen zwischen Reihen noch ein paar Sachen zu Zahlen und Folgen und so weiter. Deswegen nicht wundern, ähm, zu Homomorphismen kommen wir wieder zurück. Also, ähm, einmal hier der Kern, der ist definiert als Kehr von F. Bitte fragt mich bloß nicht, warum man hier nicht Kern einfach hingeschrieben hat. Man hat irgendwie sich gedacht, Mensch, lass doch mal einen Buchstaben weglassen hier und einfach Kehr hinschreiben. Das Ding nennt sich Kern, aber man schreibt trotzdem Kern. Und das definiert als, ähm, alle Gs, die, wenn man sie in die Funktion, wenn man sie in die Abbildung F reinsteckt, das neutrale Element ergeben. Im Fall von unserem super langweiligen Homomorphismus, beziehungsweise unserer super langweiligen, trivialen Gruppe H hier, die einfach immer das neutrale Element ausgibt, wäre halt alles im Kern drin. Also, ganz G wäre im Kern drin, weil alles auf E, H abgebildet wird. Das neutrale Element in H. Kleines Beispiel hier an der Stelle nochmal. Ähm, aber, ja, es ist im Endeffekt alles, was auf das neutrale Element abbildet, ist natürlich hier im Kern enthalten. Also, die Elemente G, also ausg, das können ruhig mehrere sein, ja. Wenn ich die in die Funktion reinstecke, beziehungsweise in die Abbildung, dann kommt am Ende das neutrale Element H raus. Okay, weiter haben wir noch das Bild. Das Bild ist einfach definiert aus, ähm, also IM von F, wegen Image von F. Ist definiert einfach als F von G manchmal auch. Manchmal seht ihr das so. Wundert euch nicht, wenn ihr F von G seht. Eigentlich schwierig, das so zu schreiben, aber, ja, man macht's halt irgendwie. Und wollte ich einfach auch mal hier, ähm, festlegen, dass das so aussehen kann. Ähm, wenn wir hier schreiben, das Bild von F, dann meinen wir damit alle Hs, für die, die ich irgendwie treffen kann. Ja, das hat wieder was mit Subjektivität, Injektivität und so zu tun, ne. Ihr erinnert euch. Das heißt einfach, jedes Element, das ich aus H treffen kann. Also, wenn es da eine 2 gibt und ich durch zum Beispiel F von 1 die 2 erreiche, dann ist die 2 in meinem Bild. Und so weiter und so fort. Und, ja, ähm, im Endeffekt ist das halt auch eine reguläre Abbildung, ne. Und genau so kann ich mir meinen Gruppenhomomorphismus vorstellen. Wie gesagt, das hier oben ist eigentlich die Eigenschaft. Also, das ist die eigentliche Homomorphismus-Eigenschaft. Das Ding ist wichtig. Das macht den Homomorphismus aus. Die anderen beiden sind einfach nur Definitionen, um damit irgendwie leichter arbeiten zu können. Und die könnten wir später eventuell mal noch brauchen. Gut. Ähm, das sei es an der Stelle erstmal gewesen zu den Homomorphismen, beziehungsweise zum Gruppenhomomorphismus. Ähm, wir kommen hierauf nochmal zurück. Ich werde euch jetzt allerdings in den nächsten beiden Videos erstmal noch ein paar andere Sachen geben. Und dann schauen wir mal weiter. Gut, bis dann.